Ich weiß, du hast Känz, alles ist scheiße, der Kopperspiele, der Unterschied ist, er pusht sich, er geht durch. Ich lasse es laufen, also. Ja. Oh, das, du weißt, du musst es gehen, du musst es gehen, weiterhelfen, komm, beißen, zurückmachen. Komm, komm, komm. Oh, ja. Oh, nice. Komm, ich schalte. Das ist okay. Komm, komm, komm! Nein! Neue Seite. Komm jetzt, eigener Aufschlag, komm! Komm, komm! Komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm! Nein! Nein! Ja, start, komm jetzt! Ja! Elf ist sie! So! Ja! Ja! Passt! Okay! Aufwand ab! Ich hab falsch betroffen beim Aufschlag! Komm mal! Ja! Ja, bei 10. Nein! Ja, aber im Endeffekt ist es gut gespielt. Ich dachte, du hast mal ein bisschen Spannung gehabt. Da hast du den Griff bekommen. 4,8. Ja, ne? Jetzt komm jetzt, eins auf! Das mache ich so! Ja, ganz normal. Aber komm, Carlos, push dich jetzt. Einfach jeden Ball 100 Prozent. Komm. Oder 19, Carlos. Viel Besatz. Ja. Komm. Ja, super. 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 Nichts, äh, schaue. Kloppen, kloppen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein! 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 Nein!